Hallo und herzlich Willkommen. Wenn du hier gelandet bist, dann interessierst du dich für hypnotische Geburtsvorbereitung und wahrscheinlich bist du dann schwanger und du bist Erstgebärender, weißt nicht ganz genau, was während der Geburt auf dich zukommt oder du hast bereits ein Kind zur Welt gebracht und die Erfahrungen während der Geburt waren jetzt nicht ganz so toll. Und jetzt hast du von der Möglichkeit der hypnotischen Geburtsvorbereitung gehört oder irgendwo gelesen oder dir hat jemand was erzählt und du hast unter Umständen halt gehört, dass es möglich ist, wenn man sich hypnotisch auf die Geburt vorbereitet, die Dauer der Geburt zu albieren und fast schmerzfrei oder ganz sanft zu gebären, weißt allerdings nicht ganz genau, wie das funktioniert. Und genau aus dem Grunde habe ich für dich einen vierteiligen Videoreport erstellt, in dem du erfährst, erstens, wie funktioniert Hypnose, weshalb ist Hypnose so effizient und warum hilft Hypnose so nachhaltig, wenn man eine entspannte Schwangerschaft und sanfte Geburt erleben will. Du wirst von ein paar Menschen hören, die Hypnose genutzt haben, unter anderem eben um sich auf die Geburt vorzubereiten und du wirst hören, was sind überhaupt die größten Mythen über Hypnose. Außerdem bekommst du von mir eine E-Mail zugesendet, in der du ganz genau erfährst, wie und ja, also wie die von mir verwendete Pro-Hypno-Birth-Methode funktioniert und was während einer Sitzung halt passiert. Also wenn du eine entspannte Schwangerschaft genießen möchtest und eine sanfte Geburt und jetzt wissen willst, wie das mit Hypnose funktioniert und warum das mit Hypnose funktioniert, dann trag hier unter dem Video deine E-Mail-Adresse ein oder je nachdem, wo du dieses Video siehst, ist hier vielleicht auch ein Link, auf den du klicken darfst und dann sehen wir uns gleich im ersten Video. Bis gleich!